ha 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 jetzt schon irgendwo wie sie schauen wieder serialin auß 9 ihr müsst mal etwas will mit sein aconteceu ив어주 k נפCon ganz einfach der geht noch nicht da das ist eine 16 zu einem gewissen glanz wirdrieben aber hier was sie selber nicht wie du nicht auskennen aber das ist ja so geil einfach ist einfach geil aus nur schon drängt da noch nicht der all not ready so gut dann soll ich mal sagen mir langsam mit dem aus kann ich einfach nicht umgehe so schnell jetzt gehen wir einmal kurz gehen wir nur kurz zum feld und dann da die song mit der man die dinger machen die bambus feld die bambus form der jetzt müssen wir haben wir es großartig für das herbst kocht haben wir schon viel verplant da mal sowieso ach hat dies was manu ändern vielleicht macht man auch richtige glas blöcke doch hier sechs jahr durch und ob es das ding was was mit der matur jetzt hat jeder war weil das ist das ist das was ich brauche damit haben wir zu tun die dinge so genau nehmen wir doch mal kurz erden her dass ich da noch aufwickeln das ist ja schon bei mir ist musik so laut jetzt mal ein bisschen leiser da ist glaube ich insgesamt aber besser als wie sonst so dann dann daran daran dann gehen wir da mal runter und dann da dann schauen wir da mal rein ich glaube ich bald wieder beruht die box eine zicke maxi ist jetzt nixen das versteht jetzt nicht dann ist schon übelst lang und da wundert sind auch noch warum du nix wachst, oder? Das ist nämlich fast koniggewachsen, weil da kein Licht, die kommt. Dann schauen wir noch kurz hinauf. Da schaut es auch schon wieder sehr gut aus. Ah, okay, wird es gewachsen? Die Kerzesbeere, die schiebt sowas von ohe. Karotten haben wir auch. Jetzt zwei und drei. Aber wir haben auch kein Ding mehr, gell? Äh, das ist jetzt nicht so geil. Dann machen wir uns schnell an. Wir werden es sowieso noch öfter brauchen. Können wir uns auch schnell anmachen. Hey, wie das gerade euch gefällt. Gut, dass wir erst ein Ding gemacht haben, das hätte mir das gar nicht machen können. Das hätte mir auch gar nicht gefällt bauen können. Wenn wir nicht Eisenkorreten hätten. Das hat doch, äh, mein Ding spinnt das doch. Warum ist das jetzt eigentlich auf einmal so laut? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt laut ist. Das sehen wir dann hier mal so. Ja, ob ich vorhin will doch bloß kurz da hineinschauen. Das ist so schwierig gespeichert. Dass wir da kurz so einigern lassen. War das jetzt auf das kleine Ding so abgenutzt, dass ich das, was am verbrauchendsten von den Dingen ist. Wenn wir uns eine erste Karotte in den Dingbestand hineingehen. Und jetzt haben wir die ersten vier, die wir ins Lager gehen. Schön. Gefällt mir. 1, 2, 3. Gewürz, werden wir noch gleich abbauen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Was haben wir noch? Knoblauch haben wir noch. Senf haben wir auch noch. Senf können. So. Was ist das? Celery. Das wird schon. Was man merkt, man merkt eindeutig die Stellen, da wo Gartenzäule ist, das geht viel schneller. Das wächst viel besser. So, jetzt sehen wir das, was wir da wollten. Das macht man auch nichts mehr weiter. Wenn jetzt einfach mal ein bisschen nicht so rund um die Katakomben sei. So. Oh, 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 oh. Was wird die da jetzt? Jetzt sehen wir mal ein bisschen Ehren mit. Die Karotten, der war rein. Das ist der, oder einer. Das ist der, oder einer. Das ist der, oder. Bäm, 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 bäm. Das ist der, oder einer. Ist der mal. Ich glaub da hinten, ist... so ist die kehrt nur da hinten haben unser gewächshaus und dass das nicht so auffällt dass der gewächshaus ist einfach mal da hinten war mal so deko bambus sie das zu auffällt dass wir zum uns bei johannes prüftigen mit historik so jetzt hätte ich die sommer sehr dabei da macht man zum schluck bambus das zum mann soll ja das bloß dingens da macht man was aber reich jeder mir wisst man natürlich dass es da ist wenn man sie da her baut das ist da nicht so auffällt noch mal so so dann muss man ist da weg woher und brauche es ein bisschen das ist es ein bisschen versteckt jetzt mal sagen So, dann kommen wir das da noch weg, das, das, und da kommen auch noch, oh, da ist viel, da ist ganz schön viel Sand, hab ich gar nicht gewusst, was ist so viel Sand das, so, dann tun wir da jetzt ein bisschen so machen, so, dann machen wir jetzt einfach mal wieder weit zu, den wir ein bisschen weiter oben gehen, dann wird das schon, so, jetzt nehmen wir da mal den Bambus irgendwo hoch zu pflanzen, weil der vierte müsste man nämlich ein bisschen an, sonst schaut es doof aus, machen wir das, da ist sie weg, das können wir auch weg, aber dann haben wir nur den Sand, so, da haben wir jetzt einfach mal eine, so, das kommt weg, warte, da geht noch Sand hin, da wird jetzt zugemacht, da können wir jetzt auch noch ein bisschen vierte, jetzt das so bissl, das müssen wir da noch machen, das müssen wir so machen, das, das müssen wir so machen, das sieht jetzt ein bisschen doof aus, gut, so, dann können wir doch schon wieder ein bisschen doof aus, zwei neue pflanzen machen was macht man einfach so zuerst und gergerts vier die mädchen vor 100 bis unterhalten vor父 germ was das so dass ich mir jetzt ein bisschen so käme jetzt gleich richtig fettdruck pflanzen dann können wir hinüber zu unserem gärtchen das ist wieder gewachsen einfach so ein richtig schöner ding vorhang hier so ach nur ein bisschen Ja, gut, 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 gut. So, dann lassen wir das mal so ein bisschen dahin wachsen, mit dem Geilern würde es ja einfach so ausschauen, gell. Da gehört auch noch irgendwie, da gehört auch noch her. Der Oma, der ist schon so hoch. Ich glaube, dass der einfach am meisten Licht kriegt, gell. Ich glaube, das muss er jetzt so, äh, kommst du auch mal kurz auf das Ding. Wie soll er das so machen? Machst er dann schneller? Ich dachte mir jetzt mal interessieren. Äh, ba, 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 ba. Jetzt sieht man es dann echt nochmal. So, das wird dann echt mehr geil. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz schluffen. Oder ein bisschen was essen müssen wir auch. So, bis jetzt gehen wir da noch ein. Aber bald, bald noch mehr. So, dann gehen wir da hinterher. Braucht man jetzt nämlich dringend essen. Aber wir haben, glaube ich, noch was. Ja, aber das schaut gut aus. Wir haben ein bisschen was reinhauen in den Ranzen. Okay, aber komischerweise schaut das da auch so komisch. Warum ist das durchsichtig? Das weiß ich bis jetzt noch nicht. Was denn da hat? Irgendwas aufgemacht. Warum zeigt es mir das da nicht um? Selbst wenn es das ändert, zeigt es mir nicht aus welchem Grund auch immer. Ja, wir können kurz schluffen gehen. Vielleicht hat sich ja was gendert draußen dabei schon. Und dann müssen wir noch unser Nutz, unser Nutzding müssen wir dann da bauen. Unser Nutzbambus-Standort, wo wir abbauen. Da hinten bauen wir ja nicht ab. So, alles zu, gell? Jawohl. Äh, da nehmen wir gleich mal mit. Das heißt, ist jetzt schon wieder gewachsen, oder was? So, dann gehen wir mal dahinter, oder? Jetzt gehen wir mal normal dahinter, sonst verbraucht man so viel Essen. Äh, äh, okay, da müssen wir mal. So, jetzt gehe ich absichtlich so. Ich sehe mich, wie das jetzt ausschaut. So, was glaubst du, das wird auch schon geil, oder? Hä, wenn ich es mal richtig dicht ist? Ist da vorne wachs gescheit? Hä, damit ist übelst geil wird das. Da sehe ich es noch gar nichts mehr. Das wäre doch mal übelst gut. Das schaut hier drang nicht geil aus. Wir sollten Lust, die da hochfallen müssen noch wachsen, die dahinter. Ansonsten. Was? Äh, geh. Warte, muss ich jetzt auf einmal potzeln? Hm, interessant. Da hinten wie ein potzeln. Wenn ich es nicht wachs, anscheinend ist da potzeln drauf. Interessant. So. okay man sieht es echt einfach gar noch mal so dann da haben wir ja so erst zwei meter ins unterbisschen oder dann vom ock von dem wir jetzt ein bisschen sander bauen einfach nach v x klaus dann sehen wir wieder nicht durch das ist wieder so ein problem jetzt einfach mal so machen dann noch so ein bisschen und dann muss es auch schon wieder passen natürlich Sandstein auf einmal dort ist er noch jetzt haben wir mindestens schon zwei Sticks damit das ist die verpixelten Dinger da und zwar dann immer die Höhlenschicht gut, dann können wir da zurück gehen ja da drei Sticks, Sand, das muss drei, oder jetzt muss ich mal alles da oben, da macht man das, da werden wir jetzt die Baum abbauen die bauen wir jetzt mal schnell ab und da oben macht man Zuckerrohr und Bambus Nutzfelder hier da würde ich jetzt eh schon gescheitert sein der ist schon so über hoch ritzert da braucht man halt dann irgendwann doch mal die Dinger und was ist mit der Schmiede da aber das hat jetzt erstmal Zeit weil jetzt erstmal mit dem Zeug da glaub ich mir was da dabei ist und jetzt erstmal alles ganz genau anschauen ich bin ja noch gar nicht so wirklich damit befasst so, da einer so, ist jetzt noch einer den habe ich, den habe ich, den habe ich den müssen wir auch haben ich glaube jetzt habe ich alle ja ok, also da oben da oben kommt unser Nutzbambusfilter und das ist mir grad viel zu extrem ja, wenn das bloß vorher schon gekommen wäre also das ist mir auf alle Fälle zu extrem gewesen also da kommt unser Nutzding her so ein bisschen an den Hang da an den Berg ich würde mal sagen, so auf der anderen Seite so die Bambusdinge und da oben kommt dann komplett Zuckerrohr hin weil das wachst da recht schön macht man auch mit Sand dann weil es einfach schöner ausschaut ich kenne zwar mit Erdner aber ich finde es einfach anders schöner so ich sammle jetzt dann die ganzen Zepplings ein also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da wir sehen uns dann wieder am Freitag mit Minecraft oder wenn euch was anderes interessiert findet euch sicher irgendwas auf meinem Channel ist inzwischen schon ein bisschen was da also bis zum nächsten Mal Haui diri